so willkommen zurück zu Borderlands 1 ich mach mal Reise an jetzt nochmal so ich habe seine maximale Munition mal ein bisschen erhöht und dafür Geld verschwendet ja komm ich gebe mein Geld eigentlich nur für Muni und irgendwer anderes aus ich frage mich immer ob es irgendwas tolles gibt für das man dann mal Geld investieren kann warte noch kurz auf Bashi seid ja schon wieder da ihr Mongos ja oh warte ist die Munitions- äh die Waffenkiste da oben ist bestimmt wieder an oder? oh ja bitte warst du als schönes SMG mäßig drin natürlich warst SMG oh Abblemer 4 die sind in allen Belagen schlechter als meine das ist Harmonie ja also Basti bist du da wo seid denn hier? ja hier ja Jona kann schon die SMG Muni nehmen aber meine ist eh freund ja ich hab kein SMG wo müssen wir hin? hm? warte ich doch mal eins ja ich weiß dass ich habe zwei Shotguns so mehr mir renn wieder einfach durchs Lager oder? ja da oben ist aber einer ja renn einfach durch ich will nicht und Türmann auch einfach renn das zockt ja nur von deinem Schild was ach ja genau Basti hat mir vorher noch ein Schild gegeben besseres also eins mit 148 Zeug Lauf hinter uns kommt ein knallharter Dinger ja komm einfach ein bisschen zu mir zurück Tillmann hier ja der ist ja der ist ja low ach ich hab ihm letztendlich gegeben so oh 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 lass abhauen ja lass abhauen ja Basti so wir gehen gleich hier oben ja genau ach das sind wieder so scheiß Ragsfecher dafür nehm ich jetzt aber nicht meine gute Muni und so aber meine Revolver gefällt mir eh so wie schnell der down war richtig geil so langsam nach irgendwie 5000 mal das Spiel gespielt habe ich langsam geblickt dass man hier auf Abstand gehen sollte ich kann mal drive die Munition ach schieb ich schon tot Sniper ähm ja das musst du eigentlich alles töten da unten da 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 jetzt ist jetzt komische Moe so die Viecher ach ach hier die Richtung Moe Marley genau glaub hier rechts jetzt da unten müssen sie sein oder ah ja da keine Ahnung hier ist Moe und da oh Gott der schießt schon auf mich was ist halt die wie ich dem Moe einfach mal verknall hat zwei Granaten angeworfen habt das hat dem nichts gemacht vorsicht er hat eine granate angeben wo seid ihr denn lol wo ist er steht er dahinter dem mali kann man kritischen treffer reinhauen wenn man alter 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 ich kann euch nicht grenzen weil der tipp da immer davor steht und der bau redet gerade auch nicht so scheiße kann es aber noch andere quest weil der ist sehr schwer lekt mich fett du scheiß bau ich muss euch wirklich noch mal lauter machen ich höre kein wort beim kampf wie kann man den Schritt reinraut wenn er so aufsteht und den Mund aufweist jetzt ich bedurfe einer Heilung oh lol wie schnell stirbst du? lol alter was war jetzt los? du bist so hammer schnell gestorben ja ich bin immer noch am Leben hier oh lol wieso ist das bauen wir denn hier hinten? sag ich dir dass wir so das ganze Lager rennen müssen ja fuck wir hätten zu dem Speicher ja fuck ich glaube wenn man im Speicherpunkt ist dann ist es möglich zu töten ich bin auf Muni ach komm wo seid ihr? am spawn wieder wir sind gerade auf dem Weg ja erstmal nachladen jetzt irgendwann gibt es eigentlich noch ja warte ich bin auch verreckt Mw oh man was junger hab nur noch zwei Granaten ey sauber ja ja lauf ein wenig mit medikett 0 lauf 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 Prozent bis noch bei dem Arli und bei dem Mo nö ich bin ja auch verrückt ich kenne euch gerade hinterher nicht sicherlich ist aber alles Leben oder ja natürlich ja toll die mit dem einen habe ich es gar nicht abgezogen ja ich glaube fünf Schaden gemacht oder so ach ne Granate was hat der fallen lassen Granaten mir fehlen noch drei Granaten weiss ich hab ja jetzt fünf ich hab ja auch mal so Granaten ja so ne pass auf ja das brauche ich nicht lol boah net pass auf jetzt jetzt ins Maul da hinten steht der andere noch hast du erstmal auf den Mo konzentrieren ok ja ich bin dabei geil lol lol boah solange hier unten keine Munds aus den Höhlen kommen gehts ja noch ja gär die haben jetzt Glück alle vorne schon mit dir ja ich hab auch nicht mehr viel ich hab auch nicht mehr viel was was bin ich jetzt gestorben toll stirb doch du scheiß Vieh oh Baschi das war ich warte ich belebe nie wieder Baschi pass auf das Moment ich muss ja bisschen Muni aufsammeln schlechte Schild Granaten was ist das für einer jetzt auf Mali Klebe ich hab nur noch vier Schuss in der Sniper das kann sein dass das Viehchen ein bisschen nahkampforientierter ist ich glaub das ist gar nicht so schwer das zu töten das isto eher bin fernkamp des ist schießt ja so teile oh lol ähm ja warte ich komm pass auf oh scheiße scheiße ich lebe du na ahja Click wo steht das Vieh wohin wenn du so Teile schießt dann kannst du in alter wie jetzt einfach mal gerade drei granaten an sich hatte noch eine granate angeklebt ja ich habe eben auch geklebt aber die bringen nicht viel ja ich habe noch mal drei scheiße stell mal deinen mg auch vorne oh ja genau hab's hierhin gemacht keine muni müsstest du hier hinlocken ich habe nur noch zehn weiter wie der rumrennt als ich hatte das voll viel kritische reingehauen nur noch sechs schuss hat ich war jetzt mal bis das maul bisschen auf was sie kann sich kurz ablenken hatte hörte man auch darauf zu schießen ja ja warte ich lege bei agro auf nicht ich habe eh keine muni mehr das fies soll es mal legt irgendwo muni rum muni ich brauche muni fuck ah ich habe den schuss so hier habe ich auch keine muni jetzt muss ich über die rolle war ich rette mich zu spät doch mann ja lass das sterben kriegen wir eh nicht dauernd wenn wir alle tot sind ich habe mich gerade so aufs Maul geht vielleicht wenn ihr nah genug dran seid kommt er doch zu euch ich brauche Muni ja ich auch ich habe jetzt nur noch mal meiner Pischung zu besagern es reicht aus ja da ist er noch der ist noch nicht mehr kann ich nicht machen oh fuck ich glaube es ist eine schlechte idee zu retten jona weil da bin ich geh ohne ne 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 bleib nein bleibt auch da ist doch den kriegen wir jetzt noch tot aber locker hat ich jona ich bin da oh man ey warte Basti tu nicht nicht respawn sonst nachher rennt er da weg und hat kein leben ja dann hat er volles Leben ja ich bin noch da aber fuck gar keine muni mehr ja ich hab nur noch fünf shot mit kleiner wichser haut ab ich hab gar keine Muni mehr komplett gar nix alle drei Waffen Pischl, Sniper und das ist eh leer oh lol jetzt hab ich SMBs und alles mag ein Ziel oder so lol so jetzt kann ich ihn verkloppen klappen so keine Muni mehr ich hab noch sauber schön da ist ein Schild mit 165 kann jemand haben hier ist ein ich nehme mal die shotgun hier ist ein Gammelpistol hier ist ne oh fuck mein Inventar ist voll hätte mal ein bisschen was verticken sollen sag mal also ähm wie sagt er ist denn nix fallen lassen außer Pistolen ja hier ist hier ist noch ein Schild und Raketenwerfer was Schild hier hier bei mir hallo da ja wir kommen ach du bist da unten ein Raketenwerfer geil ja da liegt noch ein Schild krieg ich den? ja der braucht halt Raketen kann schon mehr was haben kann ich das Schild nehmen? ja ok dann krieg den Wasch ja denk schon oder oder wer hat von euch das schlechtere? ich hab 141 141 aber ich hab so nen Feuerschutz oder sowas ich hab keinen Feuerschutz ich hab nur nen weißes ja in dem Fall kriegt Yona wir müssen jetzt erstmal einen Muni kaufen gehen ja und wo kann man die kaufen? oh ok wollen wir nicht ähm warte ich guck erstmal was wir noch als nechst schöne Quest haben ja hier haben wir eh keine mehr oder? Todesgeist und ne 2 ja aber muss jetzt nicht sein für mich ja und äh nein das ist das Eric Badlands da müssen wir wieder hin jetzt haben wir noch Schock Kristall Ernte wir müssen hier jetzt hier zurückrennen speichern oder so ja lass es speichern alter wo hab ich den Muni hier hab ich ein Magazin rennt hier am besten ganz am Rand durch hier gar nix und hier ganz rechts am Rand so ich hab eine Granate und 6 Pichelschuss alter ich bin fast tot dann nimmst wir da nach dahinten gell wie die Alphars Gags und so ich hab nicht die Alphars Gags und so Hau ich sind denn nicht die Alphars Gags und so 9x32 ach du scheiße 8x90 8x90 ich hab so gut wie gar keine Muni what? sollen die Viecher denn hier? fuck, 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 nein, 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 nein oh lol was will der denn hier mann der liegt kaum noch einfach hier runter du bobbi ja da liegt nicht so raketen ich kaufe jetzt raketen hier das ist eine blaue pistel sehr schön was es ist ein revolver 59 schaden alter ich werde ich werde ich werde hier gerade getötet oh hier sind mg gedroppt das lustig doch gleich mal aus das ist nämlich geil um hier oh ja